So, da hinten. Ich mach mal die Kiste auf. Da ist ein Schildkoffer. Hm? Mhm. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Wie kratzt du da wieder auf? Ich hab dir alles gefunden. Dann leg dich da wieder auf. Kommen wir mal. Warte. Warte. Komm mal. Zuck. Ich hab mir noch nie gemacht. Bisschen Monizont verschleudert gerade. Warte. Bitte, nehmen Sie sich was Sie wollen. Hm. Außerordentlich freundlich von Ihnen. Menschen wie Sie bringen uns voran. Die True Sans verwenden den Kontrollpunkt anscheinend als Vorratslager. Nur wenige Wachen, aber alles unter Verschluss. Wir müssen irgendwie anders rein. Agent, der Kontrollpunkt befindet sich über einer Tiefgarage. Es muss einen Zugang für Fußgänger geben. Kommen. Halten Sie nach einem Aufzug Ausschau. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Komm schon. Geht schon, da gibt's die Tiefgarage. Jetzt haben wir eine Tiefgarage verschaffen. Hier. Aus der Kiste. Geht's nicht zu tiefgarage. Geht's nicht zu tiefgarage. Geht's nicht zu tiefgarage. Tragbares Gerät erkannt. Ja, gut. Dann brauchst du lieber in dieser Karte. Erst. Da ist nicht so ein Satzgeplett. Da draußen ist kein Satzgeplett mehr. Wie, was? Wir haben... Wir haben acht Verletzte, Sir. Drei tot. Zwei im Sterben. Hier gibt es zu tief keine Räsen. Da. Ich habe hier eine Übertragung, Agent. Ich stelle sie durch. Azen Brooks an alle verbündeten Einheiten. Die True Sons haben mich angekesselt. Ich brauche Hilfe. Ich glaube, der einen umbraucht. Na. Wenn einer liegt. Der war schon da. Okay. Wenn der Skinner liegt. Ah, mein Kopf. Danke. Auf. Mose. Das nix mehr. Gehts? Da gehts zu. Ich sag's gleich. Ist zu. Ich richte die Granate her. Gehts? Ja gut. Ich brauche Hilfe weg. Ah, komm ich guck. Hm. Wieso tust du nie in der Geschütze aufbauen? Ja, wie das wüsste. Steht schon. Was ist das mit dem? Da? Was ist das mit dem? Ich brauche mich mal beschissen. Das ist. Das ist. Eine echte Käse. Station, wo ich stehe. Was ist das mit dem? Dann. Was? So, mal zerlegt. Ach, Kiste. Ich kriege Hunger. Hm. Du hast Zeit zum Aufhören dann. Nein, nämlich gar nichts. Jetzt sind die Behälter sicher stehen, wisst ihr. Da ist er nicht. Ja, wo geht's weiter? Hä? Hast du den Behälter? Ja. Wirklich? Ja. Los. Ja. Zivilisten im Anmarsch aus westlicher Richtung. Odessa, was ist los? Wir haben die Vision Agents vor Ort. Wir haben die Chance, diesen Kontrollpunkt zu erobern. Wenn Ihre Agents uns helfen könnten, wüssten wir das zu schätzen. Mist. Okay. Agent, gehen Sie zur Oberfläche und helfen Sie den Zivilisten, aber seien Sie vorsichtig. Einen Agent haben Sie bereits ausgeschaltet. Noch einen kann ich mir nicht leisten. Geht's? Warte mal. Warte mal, falsche Richtung gar nicht. Geht. Warte, es tut mir noch kein Hund dahinten. Da geht's. Geht. Mach auf. Dann mach auf. Verstehst du? Ich bin auf Vieh. Ich mach das einfach so auf. Schau. Ich hab da drin. Ja, warte. Zeigt mir was an, aber nicht genau wo. Oben. Stößt. Kacke! Ich sehe sie nicht. Er ist runtergekappt. Der Hund ist mal weg, aber. Oh, Mann. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Na, du hast ihn nicht. Das habe ich. Das habe ich. Ich sehe einen Dreck. Fahre mein Geschütz auf. Wie ist der? Siehst du ihn? Na. So. Lieder, Mann. Ich habe ihn nicht. 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 Das ist alles. Für den halt. Jetzt will ich mir noch einer. Guck, Mann. Ich habe ihn nicht. Look. Ich bin, wenn wir raufgehen. Vielleicht nichts jetzt wieder? Okay. Erinnern wir unten herunter? Ja, denn ich schau sicher, ob alles... Ich mach rum herunter. Aha. Ist das du? Na. Vielleicht. Das ist noch nicht alles. Oben am Dach. Ja, ja, da wollen wir ja hin. Da geht's bei mir, glaub ich, rauf. Da geht's rauf, glaub ich. Dinger. Von oben. Der MoB tut. Ich weiß, dass die Säte ist. Ich weiß, dass er der M heaviern ist. Der W-W-W-X-A-N-X-A. Das ist der W-W-X-A. Das ist der W-W-X-A. Das wird es in der Sicht. nicht ja 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 2 ja ha w enforcement partner und scannen nichts negation damit Eine Gruppe von Edeln ist in ihrer Position. Achter, Agent. Ich sehe die Türen, wenn ich diese Stürme gefütze. Bingo. Sieht für den. Sieht's auf. Oben bei dir. Wo ist der? Es geht auch um. Ja. Ich meine, ich weiß noch nicht, sondern dass die Stürme wurde. Ich weiß nicht, aber ich werde manchmal nicht earthquakes erkennen gehen. Ja ich weiß, dass ich mich nicht entkommen würde. Dass ich mich schon so gut bin, ich würde nicht mich glauben. Ich würde nicht nachher kommen. Da! Es ist so schnell zu den Händen. Ja, da jetzt noch mal der Pistis. Können Sie nicht mehr auf den Pistis? Man muss nur gerade sein, wenn man... ...durch die Tür ist... Das ist gut. Da-da! ...durch von der Rettung. Ich hab da noch ein guter Positionsgeräte für das Theater. Ich hab da wieder ein Auerhaftes in der Schutztürme, das ist nicht so dämlich. Oh nein. Keine Militärme. perfekt und über Was ist das? Gottverdammt! Gottverdammt! Hohoho! Danke für die Hilfe! Danke für die Hilfe! Ich schaue mir ein Denkleister. Mit einem Verlaufen nicht. Super, ne? Das klappt ja keiner. Nein! Die Gedanken haben uns so ein bisschen. Der wirklich kann man auffüllen. Nein! Ich glaube unter meiner Standpunkt. Super. Hohoho! Sie hat mich jetzt zufrieden. Mhm. Aber bei den Lillen haben die Schafschütze ganz schön an. Ja. Hast du den Lebensparken immer gesehen? Meine? Nein, die von Geegner. Ich hoffe nicht, er hat er nicht so gut wie ich noch auf der Schafschütze. Konten ist ja auch nicht. Ich kann den Lebensparken immer gesehen. Oh ja, das ist auch nicht so gut. Ich verstehe, dass du wegkommst. Oh ja. Ich verstehe, dass du da ist, wie es ist. Ich verstehe, dass du da ist. Ich verstehe, dass du da. Aufstaunnen sind sie so ruhig. Es müssen noch wahr sein, der... Die gehen von draußen. Ist uns berücht. Hm. 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 Okay. Wo geht's raus, okay? Nein, das will ich jetzt noch nicht. Das Wasser. Wie ein Fetter. Kann man nicht mehr sehen. Du hast das schon am März gesehen, oder? Bitte? Hast du das schon zurück, gell? Ja. Ich sehe es nämlich nicht mehr. Was ist denn möglich? Ich sehe da ein blaues X. Was ist das? Ja. Komme. Ah, da liegt was. Warte. 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 Ist weg. Ich bin rechtzeitig auf den Turm gekommen. Mhm. Hm. Das wäre so schaschlig. Ja. Das wäre jetzt, wenn wir jetzt ins Seefoss gehen. Ja. Das ist nämlich nur weit. 50 Meter. Da. Auf dem Winkel. Da waren das 50 Meter. So. Irgendwo viel ganz nah. Mhm. Was ich Gegner glaube. Oder? Boom, boom. So eine Statuen. Wir gehen hier runter. Die kämpfen oben. Top. Safe house. Safe house. Safe house. Was soll das gehen? Nicht geschaut. Na. Da. 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 Was sehen. Warte. Safe house. Da. Wo ist das? Da ist ja so ein Empfehler. Safe house. Passt. Sieben. Safe house. Das hier war mal eine Goldmine für Plünderer. Wir haben schon zu viel von unserer Geschichte verloren. Egal. Hier gibt es eine Menge Informationen. Ich schicke es ihnen rüber. Da ein Laufwerkdurchsuchen. Es wäre schön, wenn das da wieder in Ordnung käme. Seien Sie bloß vorsichtig, okay? Befreiung der Istmole. Befreiung der Projekt. Nachschub zu einem verbündeten Kontrollpunkt der Istmole bringen. Aktivitäten in der Istmole abschließen. Es ist eine Tätigkeit, die Behälter in Istmole bergen. Okay. Wo ist die Istmole? Alter. Das wollen wir ja schon. Bald wieder. Hä? Wo ist die Istmole? Was ist das? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass wir dort schon mal waren. Okay. Wir haben ein Projekt auf jeden Fall. Mhm. Das ist gut. Du hast es auch. Mhm. Das ist eigentlich sehr gut. Bergung. Danke. Süßes Projekt brauchen wir aber nichts, was wir von dem Inventar brauchen. Auf gut Deutsch. Das heißt, ich zerlegen wir mal alles. Keine Merkmale bekommen. Keine Merkmale bekommen. Tein. Ja.